Okay. Okay. Und? Bereit? Und bloß. Fuck, das geht! Okay, noch ein Shot. Ich bin damit irgendwie noch nicht perfekt zu erfüllen. Ich bin so einer, da brauchen wir zwei Shots. Okay. Die ich gut finde, damit ich eine Alternative habe. Das war okay, finde ich. Okay, noch einmal. Ja. Noch ein Shot. Ich bin damit irgendwie noch nicht perfekt zu erfüllen. Gut. Was denn? Schlecht gemischt, aber gut. Aber das kann man schon so nehmen. Also es war ja schon gut. Es war am Ende jetzt noch einmal richtig. Ja, okay. Lass nochmal ruhig mal. Das ist ja nicht schlimm. Okay, dann machen wir jetzt noch einmal. Wollen wir noch einmal drehen? Okay. Komm, das geht jetzt drei Minuten. Wir müssen noch ein bisschen... Ja. Mehr Putt. Ich mache das Ende eigentlich mehr, aber gut. Ja, ich auch. Ja, aber wir haben es eigentlich schon, deswegen. Das ist schon gut. Lassen wir es mal so. Es ist nicht dunkel, aber es ist eigentlich nicht gut. Ich kann es noch aufhören. Nee, nee, es ist gut. Es ist gut, dass ich dunkel bin. Okay, mein Magenknot. Ja, okay. Oh, mein Fuß ist ja geschlafen. Okay. Warte, warte, meine Nase hier. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Essen. Das eigentlich hängt ziemlich gut. Ja, das fand ich auch gut. Ja. Ja, aber nicht schlecht, also... Ja, nochmal, nochmal. Ich will es noch mehr ausgefächert haben. Okay. Oh, fuck. Jetzt verkaufe ich. Der war schon mal sehr schön, der Shot. Der war noch einmal. Oder? Ich meine, hey, beste Kase. Ich cut schon. Das war schon voll gut. Okay. Du schneidest das noch rein, Alter. Ja, mach ich auch. Bitte nicht. Doch. Da habe ich ein Mitspracherecht. Nein. Du trittst jegliche Bildrechte ab. Ja, 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 klar. Und Tonrechte. Danach, danach, äh, nie wieder, ne? Das war es schon, oder? Nee, noch einen. Ich habe hier nur so richtig schlechte Karten, Alter. Ich würde es mir so verlieren. Irgendwelche guten Karten. Grand Mark spielt mir da auch. Dann eben den. Dann gib mir Grand Mark. So. Ja, finde ich aber gut. Ja? Finde ich, finde ich gut. Und dann, äh... Aber warum steht dann hier alles schon bereit? Nein! Das liegt auch unter dem Tisch, Kai. Ach so, auch das Ding hier? Ja. Gott sei. Eins, zwei, drei. Jetzt. Eins, zwei. Jetzt. Ja, finde ich echt ziemlich gut. Hi. Keine. Äh, ja. Ist doch voll OP so, oder? Das ist voll gut. Das ist voll OP. Die sind... Die sind... Die sind... Die sind voll OP. Ich verstehe nicht, warum die keiner spielt. Hey, ja. Ich verstehe auch nicht, warum die niemand spielt. Ja! Ich fände das schon zu gut. Ja. Ich mach... Ich mach den davor noch ein bisschen mehr. Aber okay. Ja. Ich nehme eh den besseren. Also für mich. Die Prost an, ne? Die Prost an, ne? Die Prost an, ne? Ja, ich muss nicht lachen. Das ist echt heftig. Warum? Warum tust du das? Das war mein Favorit. Das war voll gut, also meine Reaktion. Lach nicht! War wieder nicht. Hat er nicht getan? Ich meine, das ist ja auch ein Ding, was man nicht tun sollte. An das Handy gehen. Ja, das ist schon nice. Boah, Alter! Ey, in der Nähe ist gerade ein Redaxo. Ja, ich wusste gar nicht, wie ich da jetzt reagiert bin. Oh Gott! In der Nähe ist ein Redaxo. Du lässt es Handy liegen! Oh nein! Stimmt! Alter! Hab ich das davor auch gemacht? Ne, ne? Weiß ich nicht mehr! Aber ich glaub schon! Boah, Alter! Da haben wir jetzt ein Redaxo-Trade! Ey, sorry! Ah, krass! Ah, Alter! In der Nähe ist ein Redaxo! Okay, den Ton nehme ich jetzt doch! Okay, den Ton nehme ich jetzt doch! Ich muss mich jetzt doch drüber nach oben auf. Ich bin ein Redaxo-Trade. Ich bin ein Redaxo-Trade.